Wo ich meine Glocke hatte. Ach Scheiße. Das kommt nicht raus. Ich weiß ja, darf ich ein bisschen mein Bammus bei dir anpflanzen? Ja, kann man es machen. Steck mal ein bisschen was in meine Küste, ich will ja auch noch was machen. Okay. Kann man eigentlich eine große Kleinschreibung einbauen? Ja, glaub schon. Hey Uwe, ich benutze nachher kurz die zwei Öfen, gell? Ja, okay. So, dann wäre ich nicht mehr drin. Also, wir müssen einen leer machen, da ist was drin. Ja, okay. So, ich ändere mal meinen Namen und es geht immer noch nicht. Wahrscheinlich ist Player Limit erreicht. Nee. Da sind bloß sieben drauf. Weil nur sieben Leute drauf spielen. Merkwürdig. Ich mach mal Force Update. Naja, ich bin Wigner. Okay, ciao. Jo, überhaupt so was für Free Life ist gut. Und ich lage... Profilbild hoch. Genau. Sobald ich wieder was tun, wenn man das noch mal macht. Ich nehm an, wenn es nicht funktioniert, würde ich mal probieren, dann Neustart oder so. Und einfach mal drauf bauen. Also... Hey, stimmt mal, wenn es nicht funktioniert, mal kombiniert, dann wie es da hat oder so. Ja, schon klar. Äh, EISENIT! Oh, mach da nochmal Profilbild. Okay. Tss. Ui, der Thomas, wie schnell der Pint weg ist, der Bambu. Ja, Mann. Die geht voll ab, ich weiß. Ich weiß. ganz klar, ich bin gerade in der M.E. rum. Jo, viel Eis nicht, ich gifst das noch, ne? All das alle. Wow, viel Eis? ok und Spinner funktioniert? ähm, ne, ich komm nicht rauf ha 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 warte, ich zieh mir grad neues Package ähm wo mach ich ein Profilbild nochmal rein? ähm, ja genau oder ich glaub auch wenn du ins Plattli reingehst ja, da hab ich nicht gefunden, egal so viel hochladen, ich hab naja, so ist das hey Leute, ich nehm übrigens grad auf hey deck dich nehm mich, nehm mich jetzt sagt nichts Schlimmes über mich doch, ist noch was so und äh, ich komm grad nicht rein, aber ich schweiße ey ey wo ist das Hintergrundbild für irgendein Schlauch? stimmt ich find's grad nicht das macht also comic epic die Gebraiche mein Panzerspiel desto oh das macht also komisch episch die Gebraiche Ich bin nicht auf Ich bin nicht auf, oder wie? Doch Und hier Ja, und ich pwnet heute einen so herrlich Vielleicht nicht mit unseren teammates gepwnet werde Mit mal Ja Sieh, unser Profilbild sieht irgendwie genial aus Herrlich Nee, ich nehme halt eigentlich nur unser Gespräch mit dem Spiel da nebenbei, damit ich überhaupt einen, ähm, Ding, einen Ton drin hab Äh, ein Bild mein ich Oh, es lag gerade Okay, aber ich muss sagen, so stark sieht man sich nicht Ich schau's mir dann gleich mal an Ja Ne, man zieht den Schlauch kaum, aber er ist da Ja 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 Mein Team ist gerade am verlieren, sehe ich gerade Ja 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 Stil Improvisation Oh, jetzt hab ich was abbekommen Wir mussten nur Riftischen Stil wählen Ey, also unser Riftischen Stil Riftischen Stil Wir machen jetzt mal einfach an Brotation, ne? Enemy armor is damaged Rage fire, I don't see the target Oh, ich hab'n gewonnen Yeaaaay Und ich hab' die meisten Kills gemacht Yeaaaay Ja Ist das Game Online? Ja... Leute, wie heißt denn das? Ähm, ich schick dir da mal den Link zu dem Video, kannst du dir anschauen. Ah, okay. Ähm, mit was spiel ich jetzt? Das halt mit Panzern, weißt du? Ist doch okay, wenn ich das hochladen mit euren Stimmen drin, oder? Hm, nö. Toll, da muss ich euch rausstehen. Ja, mir ist das egal. Das reicht mir als Zusage. Flick dich. Ach komm, dann hört man eh in deinen LPs. Ich weiß. Ja, und das ist das Game. Ach, du musst meine Copyright. Okay. Ich verzerre deine Stimme. Nein, das... Ich tu auch eure Accounts in die Beschreibung. Ja, dann ist gut. Ja. Mach aber, ähm, auch den Ding, wie heißt, in den Account von... Schlauch. Mr. Blumenkopf. Ja, genau, mach mal ein. Ähm, erben Schlauch. Okay. Genau, und mach uns alle einzeln nochmal rein. Na klar, alle in die Beschreibung. Und ins Video. Ja. Wie soll mein TNT aussehen? Weiß ich nicht. Aber ich nehme jetzt übrigens grad weiter auf, die zweite Runde von dem Spiel. Ich will drei Runden in dem Video machen. Die erste war mit meinem Lieblingsponsor und die zweite ist mit meinem anderen Lieblingsponsor. Ich schicke euch dann das Video. Weil hier ist ne Kiste, wo lotter Creeper drin sind als TNT-Kiste. Haha. Wie geil. So. Schau mal hier Genitals. Schau mal hier Genitals. 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 Ich liebe das Video echt einfach. Genitals. Genitals! Genitals, yes! Ey hier in der Runde, da ist grad einer in meinem Team, da ist stummel. Mh. Stummel. Das ist irgendwie witzig. Meine Stimme bleibt natürlich direkt vor mir stehen. Ich nehme auf, das soll nicht so still sein. K.O. Wer totte sie? In der letzten Runde war ich der Beste. Mal schauen, was jetzt passiert. Ich bin in den stärksten Feind reingefahren. Ich stecke fest. Ich stecke fest. Dreifach fest. Ich bin tot. Eineinhalb Minuten. Sechsfach Fail. Gefecht verlassen. Ja. Siebenfach Fail. Damit beende ich die Aufnahme. Jetzt bin ich traurig. Einfach Fail. Tröstet mich ihr Löschen. Zernchen tröst Sternchen. Tschüss an alle Opponenten die mich kennen.